Musik Das mögen die natürlich nicht, alles was hin ist. Genau, aber schön langsam, weil da sitzen ja auch Bienen. So, tun wir es mal rein. Hier geht es schön weg. Nach der Feierbilderbuch geht es wieder rein. Einklemmen. Super. Ist es rein oder raus? Ja, die habe ich selber genäht. Mit dem Markus zusammen. Aber damit möchte ich mir doch den Smoker, den haben wir noch nicht angezündet. Wo ist er denn jetzt eigentlich? Hat er den schon in der Hand gehabt hier? Neben dir. Neben dir. Hat er den schon in der Hand gehabt, genau. Machen wir es doch mal aus. Sonst, äh, das ist quasi... Also ich habe da Birkenrinde, die brennt gut und moderiges Holz und Kräuter. Und das soll dann das Ganze anbrennen. So. Dann müssen wir ein bisschen pumpen, damit es anfängt zu brennen. Magst du das machen, Johanna? Schau mal, da kann man einfach vorsichtig immer pumpen. Ja, super. Kannst du das oder ist deine Hand zu klein? Ne, das schaffst du. Ich habe immer vor dem Trennsheet noch ein Rähnchen. Wenn sie doch schneller wachsen oder was, dann gehen die auch nach außen und bauen weiter. Oder tun auch Honig eintragen, wenn da noch ein Rähnchen hängt. Das ist richtig. Ich hatte da so eine Futtertasche hängen und dann waren plötzlich zwei so kleine Streifen dort reingebaut. In die Futtertasche, ne? So, jetzt machen wir erst mal auf. Das ist noch kein Honigraum, ne? Das ist jetzt noch kein Bienenraum, sondern erst dahinter kommt. Jetzt brauchen wir den Smoker, genau. So, wenn der qualmt, dann drängen wir damit die Bienen ein bisschen zurück. So, dann. Genau. Jetzt kann man das... Geh mal hier bitte zur Seite, Gehrt, dann habe ich sie mehr im Blick. Genau. So, jetzt machen wir hier ein bisschen Rauch drüber. Dann gehen sie nach unten und fliegen nicht so auf. Genau. Gut. Wir bauen schon ganz schön viel Propolis. Kann man jetzt erst mal alle locker machen? Oder will das jemand von... Willst du das machen, Gerhard? Nö, du machst das bei deinen Bienen ja auch, ne? Wahrscheinlich. Sonst... Das ist die Begrenzung. Wenn das nicht ganz voll ist, dann nimmt man das als Begrenzung, ne? Das kann man immer erweitern oder verkleinern. Kein Honigraum. Nein, das ist nur Stroh. Und das ist hier... Ich mache jetzt erst mal ein bisschen Platz. Und dann kann man ein paar Waben ziehen und dann wieder zurückschieben. So, genau. Hier wollte ich es euch zeigen. Da ist eine schöne Wabe. Hoppla. Nicht, dass es nachher brennt. Es wird nämlich ziemlich heiß hier. Die fangen dann hier an und dann würden wir immer eine Wabe reinsetzen. Nein, nein. Hier war das Brutnest, wo sie im Winter waren. Und dann wird immer vergrößert, bis das voll ist. Im Sommer werden die ja immer mehr. Und das haben sie zum Beispiel selber gebaut, diese Wabe. Und da sieht man irgendwie alles sehr schön. Das ist neu gebaut. Und quasi der obere Honigkranz sieht man. Das ist verdeckelter Honig. Und das ist das Brutnest. Das ist Brut. Und da außenrum ist dann auch noch Pollen eingelagert. Und hier unten sieht man die Baukette. Das ist die Baukette, wo sie sich die Wachsschüppchen hochreichen und hier weiterbauen. Siehst du? Dann hast du auch so helle Waben jetzt. Die haben sie auch so gebaut. Und da sieht man auch das Brutnest. Aber wir machen noch mal eins dazu. Andere Viechergröße drin, wie der Milde. Na doch, es gibt immer wieder auch Motten. Wenn man Wachs drin hat, was nicht belebt ist, dann kommt die Wachsmotte und macht die wieder. Da sieht man zum Beispiel so ein riesiges Brutnest. Siehst du das? Und man sieht hier, da ist die Brut geschlüpft. Und hier ist sie, das ist die jüngere Brut. Also man sieht hier diese konzentrischen Kreise quasi. Und hier legt sie dann wieder rein. Und dann schlüpft hier die Brut. Also das ist immer in dieser Spirale. Sie geht quasi immer im Kreis in dieser Kugel. Und das sind wirklich die Kugel viel schöner als bei meinem Standard. Ja, genau. Also da kommen die Bienen rausgeschlüpft. Hier siehst du die Maden noch. Die sind noch nicht verdeckelt. Es ist immer drei Tage Ei, fünf Tage Maden. Und dann wird es verdeckelt. Und dann kommt diese, wie sagt man, die Umwandlung zur Biene. Von einer Maden zur Biene. Wie bei Insekten. Und das ist quasi eine Drohnenbrut. Das ist so eine dickere Wabe. Königin sehe ich gerade nicht. Manchmal sieht man die spazieren gehen. Da muss man immer aufpassen beim Hoch und Runter. Damit man da nicht eine Biene oder sogar die Königin quetscht. Da müssen wir immer vorsichtig gehen. Eine Königin. Genau. Und wenn es du die umbringst, dann ist es vorbei. Dann kannst du das. Oder gibt es eine neue? Die ziehen sich dann aus einer frischen Brut, aus einem Ei, das ein, zwei Tage alt ist, können sie sich eine Königin ziehen. Weil die Königin entsteht nur dadurch, dass sie Propolis gefüttert kriegt. Also nur Propolis. Ähm, Gelee Royale gefüttert kriegt. Die anderen kriegen nur die ersten zwei, drei Tage Gelee Royale. Und dann kriegen die so eine Art Bienenmilch. Die ist anders als. Aber die Königin wird bis zum Schluss mit Gelee Royale gefüttert. Und das ist das Einzige, dass sie sich zur Königin entwickelt. Alex, das brauchen wir hier oder nicht? Kass mal bitte auf, dass er nicht da direkt... Ja, da sieht man es auch. So ein riesiges Brutnis, oder? Und man sieht hier auch, da schlüpfen sie. Vielleicht sind wir Glück, haben wir vielleicht sehen wir eine schlüpfen. Ja, das könnte gut sein. Gute Augen. Da ist eine Drohne. Siehst du die Dicke? Sind das nicht alles Drohnen da unten? Nein, da sehe ich keine. Die hier ist eine. Siehst du die hier? Die Dicke hier. Ah ja, stimmt. Ich fasse sie mal an. Johanna, magst du mal eine Biene anfassen? Die können nicht stechen. Das sind die Männchen. Bitte, ich gebe sie dir mal. Die können gar nicht stechen. Die können nicht stechen. Das sind die Männlein. Die kann man anfassen. Die sind ganz lieb. Die haben so große Augen, wo uns ein bisschen größer. Das sind die Männer. Und die Frauen, die machen die Arbeit. Nee, sag mal das nicht so. Was machen denn die Männer? Die Männer, was machen sie denn? Die Männer sind die Informationsüberträger von einem Stock zum anderen. Die dürfen in jeden Stock rein und werden überall willkommen geheißen. Und wenn die nicht wären, dann wüssten die Bienen viel weniger, was woanders los ist. Und Kommunikation ist das Wichtigste. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020